Ueli Maurer war Finanzminister und er hat zig Milliarden Franken Euro verlocht und er hat unzählige Firmen in die Scheisse reiten lassen. Viele gingen Konkurs, viele Private, wir hatten Nöte, Menschen sind einsam gestorben, Kinder haben Dauerschaden zum Teil bis heute, brauchen psychiatrische Betreuung und es hat ganz sicher, und das ist konservativ geschätzt, 100 Milliarden gekostet.